Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Briefland Pirates und wir gehen zu unserem geilen Speicherstand, wo wir schon arre schweiz sind. Jetzt haben wir nur mehr Bosse und den Scheißer. Dann würde ich sagen, ab zum Scheißer, den Kung-Fu-Fritzender. Er macht sich wichtig und er wird aufs Maul kriegen. So, wie sieht's aus? Oh, der kann sich beamen. Finde ich jetzt nicht so gut. Every Third Attack ist... Oh, das ist schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber okay, das werden wir schon schaffen. Oh, die Magier sind heiß. Die sind heiß und schwer. Und der, naja. Ja, der kann sich beamen. Das ist jetzt suboptimal. Dann gehe ich mal da rauf. Mit seiner Hand, da kommt er mal irgendwie ungeheuerlich rüber. Wir gehen hier hin. So, da gehen wir gleich nach oben. Da wird gekocht. So, hier ist schon mal dicht. Schau mal. Können wir... Ne, können wir nicht. Einer vor. Naja, aber immerhin gehen sie auf mich. Also auf meine Person hier. Das ist meiner. Das spiele ich selbst. Das ist schon mal gut, weil der hält nämlich ziemlich viel aus. So, sie muss jetzt... Warte mal. Moment, Moment. Sie muss nicht warten. Sie jumpt. Und gibt immer mal saures hier. Aber das schaffen wir so. Die sind zwar stark, aber wir sind ja auch immer stärker geworden. Von daher sollte kein Problem sein. So, du kriegst jetzt einen Molli in die Fresse. Da fressst du, Sau. Wir gehen auf den. Und mit ihm... Achso, er ist drin. Okay. Gut. Dann werden wir auf den gehen. Und mit ihm versuchen wir dann mal den stärksten anzunehmen. Jawohl. Vielleicht gehen sie alle auf ihn. Jawohl. Das funktioniert. Das ist gut. 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 Ich muss mich heilen hier sogar. Und sie darf jetzt auf den gehen. Wunderbar. So, du gehst das Stück zurück. Du wirst dem in die Goschen an. Jawohl. Haut euch gegenseitig das Maul an. Das ist positiv. Zumindest für mich. So. Dicker. So gehst du schon mal vor. Wir machen den jetzt platt. Oh, platt nicht. Aber fast. So. Du gehst schon mal vor. Und wirst den umhauen. Wunderbar. Du. Du gehst auch eins vor. Und wirst den umhauen. Oder fast umhauen. Sieht gut aus. Das haben wir sogar vergessen hier. Das können wir jetzt dann nehmen. Das läuft richtig gut im Moment. Ja, die Bombe ist jetzt suboptimal. Kann man die hier hin? Aber was kann man noch nehmen? Heilung. Wir nehmen Heilung. Heilig doch mal mich hier. Jawohl. Das ist nämlich auch nicht so schlecht zugesehen. Ein Schritt vor. Und auf das Maul. Er trifft nichts. Das ist ein bisschen ein blindes Huhn. So. Du bist jetzt tot. Einmal darfst du zuhören. Und tschüss. Wiedersehen. Der Specki ist dran. Zack. Teilt aber gut aus. Unser Specki. Schade, dass ich nicht nochmal was machen kann. Dann gehen wir es an. Boom. So. Du gehst schon mal auf die Fernkämpfer. Das ist natürlich supidupi. Die brauchen hier aufs Maul hier. Und du gehst auch einen Schritt vorwärts. Und zack. Da kaufst du ihm eine Debatte. In die Fresse. Wir nehmen ein 4. Und zwar auf den da. Alle nach Möglichkeit auf den. Du wirst ihn da runterhauen. Ja. Er ist tot. So. Und jetzt ist der dran. Und jetzt ist der dran. Der war echt gut raus. Also das finde ich richtig cool. So. So. Wisst ihr was? Ich werde mich mit dem heilen. Dann kriegen wir noch mehr Kohle. Kohle. Das ist ja nichts schlechtes Kohle. So. So. Du hüpfst mal. Schritt vorwärts. Und aufs Maul hauen. Jawohl. So. Du hast den aufs Maul da. Und. Ja. Wir nehmen. Einmal Heal. Für den dicken. Jawohl. So. Dann laufen wir hier vorbei. Du kannst ein bisschen was kochen. So. Gönnest dir. Jawohl. Also da werden wir jetzt richtig gut abkassieren. Leute. Und. Ja. Das wird nice werden. Das ist ein bisschen weit weg der Typ jetzt. Einmal darf er noch. Und dann ist er dran. So. Ruhe ist im Karton. 1.000. 10. Das ist natürlich eine gute Zahl. Nur 10. Also 1.000. Wenn das nicht der Rekord sogar ist. Oh. Mal schauen was es hier für eines gibt. Ja. Der hat einiges lagern. Aber ich habe alles hier voll. Also. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. So. Was mit dir los. Ja. Der hat einiges lagern. Aber ich habe alles hier voll. Ja. Ich weiß es nicht. Soll mal zum Boss gehen. Dann langsam. Aber ich gehe zuerst zu dem da. Der sieht mich ein bisschen noch unguter aus. Wie der andere. So. Was laberst du? Der will aufs Maul. Das kann er haben jetzt. Was ist das da? Takes control. Oh. Scheiße. Der kann mich steuern. Der muss weg. Aua. Das kann jetzt böse werden. Sodass ich mich selbst umhauen muss. Oh. Das ist kacke. Fuck. Aber Leute. Das ist böse. Das ist böse. Wie viel hat denn ihr Leben? 180. Scheiße. Ah. Das kann jetzt echt böse werden. Leute. Ich kann ja nicht meinen eigenen hier umhauen. Das ist wahrscheinlich nur eine Runde. Das heißt. Ich ignoriere den einfach. Ja. Das ist natürlich scheiße. Die hauen sich. Das ist genau das vom Gegner. Aber. Okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Blöd ist es aber allemal. Das ist sehr sehr stark. So. Und die sind auch nicht gerade. Äh. Handsam hier. So. Wir können aber eins machen. Ah. Das. Ah. Nein. Das geht es ihnen aus. So eine Scheiße. Der ist zu stark. Wir können nur eine Fernkampf-Einheit nehmen. Ja. Alle auf sie oder was? Äh. Sag mal. Ah. Der übernimmt schon wieder den. Aber gut. Der ist wenigstens da hinten. So. Dann gehen wir auf den oberen. Auf den oberen habe ich gesagt. Jawohl. Oh. Das wird jetzt hart. Leute. Nein. Nicht ein Molotow. Du Arschloch. Ja. Da müssen wir uns heilen. Da müssen wir ein bisschen warten. Also. Das wird jetzt ein spannender Kampf. Das wird sehr sehr schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich das schaffen soll. Gott. Ich gehe mal da vor. Ich muss einen von denen da steuern. Ja. Die ist so gut wie tot. Mann. Ey. Das kannst du jetzt nicht sein. Wow. Der haut böse rein. Ja. Das kannst du schmeißen. Das werden wir nicht schaffen. Den fight. Das ist unmöglich. Also. Den werden wir nicht schaffen. Überhaupt. Wenn. Äh. Ich dauernd hier Einheiten kontrolliert gekriegt. Das ist natürlich. Noch eine Nummer härter. So. Wir haben Heilung. Das schicken wir dem da. Weil der ist der wichtigste. So. Kann jetzt einen übernehmen. Jawohl. Dann übernehmen wir den da. So. Du kannst. Warte mal. Du gehst hier hin. Und haust dem eine rein. Und du haust zurück hoffentlich. Ne. Hau da nicht. Aber gut. Der hat gut ausgeteilt. Also. Wir gehen so drauf. Hier. Leute. Dass es nicht mehr schön ist. Zack. Aua. 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 So. Dann gehe ich da rauf. Mit dem dicken. So. Immer auf einen. Aber der macht schon kein damage mehr. Sehr klar. Boah. Ist das bösartig. Das. Äh. Äh. Werden wir nicht hinkriegen. Leute. Also. Sie konnte gerade mal einen Schuss. Oder zwei. Der ist auch schon tot. Ja. Der ist schon wieder umgedreht. Ne. Kann man es vergessen. Kann man vergessen. Das wird nichts. So eine Scheiße. Ey. Wie stark ist denn der bitte? Ist ja lächerlich. Ey. Der haut rein. Ne. Kann man das nicht gleich. Kann ich aufgeben. Haha. Das können wir gleich nochmal versuchen. Weil das ist sinnlos da nur weiter zu machen. Das bringt es nicht. Hier komme ich nirgends mehr weiter. Ich versuche dann mal den. Ein. Beziehungsweise. Das war der da. War so stark. Gut. Dann probieren wir mal den Boss hier. Why not. Ist mal was anderes. Tja. Da drüben ist gescheit stark. So. Was kannst denn du? Mal gucken. Du hast Arsch viel Leben. Wow. Aber das ist noch leichter. Wie das andere Leute. Das sage ich euch. Das ist noch chilliger. Wie das andere. So. Gehen wir mal vorder. Und du gehst da oben. Mal schauen wie weit geht er. Drei. Zwei. Oh der Fernkämpfer gut. Die gehen auf ihn. Das ist in Ordnung. So. Äh. Sie steht ein bisschen ungut. Die muss kurz warten. Die steht ein bisschen blöd da hinten. So. Dann. Er geht auf den. Wir gehen auf den. Ja gehen wir auf alle. Geht ja nicht anders. Du wirfst auf den oberen an Molly. Der soll brennen. Also klar. Zumindest einen verlierst. Jawohl. Der verliert zwei. Du kannst ihm aufs Maul hauen. Ja. Das hat weh getan. So. Und du. Den kann ich nicht steuern. Du wirst einen von denen dann steuern. So. Mach ma's. So. Hau zurück. Jawohl. Aber der ist leichter. wie der andere. Der andere. Der ist ja unmöglich zum schaffen. Leute. Das war hardcore. Das war echt hardcore. Da brauche ich ja drei Level drüber. Wow. Das ist jetzt ein bisschen brutal hier. Dann hüpfe ich doch mal vor. Wir machen schön Damage da hinten. Das ist ungut. Äh. Ich brauche noch einen. Dann kann ich mich selber heilen. So. Wunderbar. Das braucht der nämlich ganz dringend hier. Jawohl. So. Das ist ja nicht so. Dann. Gehst du auf den. Der macht gut Damage hier. Aber. Es wird halt auch immer schwieriger. So. Du. Gehst da runter. Du haust ihm eine aufs Maul. Jawohl. Dass der weniger wird. Dass er nicht mehr so zuhauen kann. Und du steuerst jetzt mal den da. So. Jetzt gibt es euch gegenseitig wieder. Warte. Der ist so gut wie platt. Das wird nicht das Problem sein. Hau ihn um. Jawohl. So. Zurück. Jawohl. So. So. Drauf. Jawohl. Hier gibt es euch gegenseitig ein bisschen zumindest. Alles okay. Damit kann ich leben. So. Einen Schritt zurück. Und drauf. Weg ist er. So da. Was. Der ist wieder da. Was ist denn das für eine scheiß Fähigkeit. Der war doch grad weg. Ist der jetzt zweimal da. Oder was. Das check ich jetzt nicht ganz. Das ist ein bisschen ungut. Ehrlich gesagt. Egal. Den hauen wir wieder um. Das ist aber blöd ey. Dass der dauernd wieder da ist. Hoffentlich nur einmal. Das ist schon sauber blöd. So. Dann gehen wir da rauf. Alle gegen den. Heilen mal kurz. Nochmal heilen. Jawohl. So. Jetzt ist er dran. Dann haut ihn unter. Und weg ist er. Das gesehen wir. Jawohl. So. Boom. Eine. Kräftig rein. Das schaffen wir schon. Aber hardcore wird es auf jeden Fall. Also. Wir können jetzt den hier schwächen. Dann nehme ich den da. Zack. Zack. Und drauf. Jawohl. Du gehst hier hin. Aua. So. Ein Schritt vor. Von hinten rein. So. Du gehst da oben lang. Oh. Hardcore wird es aber. Schaffbar müsste es sein. Du haust den Fernkämpfern mal eine rein. Jawohl. Gleich fünf. Das geht. Das geht. Im Nahkampf können die gar nichts. Die Fernkämpfer. Da. Meine Tussi kriegt hier ziemlich ab. Du haust den um. Jetzt ist die Bahn. Die Bahn frei dann nach vorn. Jetzt ist er wieder da. Verfluchte Scheiße. Das ist natürlich kacke. So. Warte mal. Wir nehmen eine Molle. Ach. So. Jetzt nehmen wir eine Molle. Den zünden wir an. Da. Den viermal. Der kriegt jetzt ordentlich. Zack. Jawohl. Sieben gleich. Das geht. Der haut die Mono rein. Jetzt müsste er fast schon weg sein. Jawohl. Mit seine drei kann er jetzt nicht mehr viel machen. Das ist okay. Der brennt sowieso. Ja. Sie kriegt ein bisschen. ab. Auf den hier gehen. So. Weg mit ihm. Der kriegt Double Damage. Wenn das mal benutzen kann. Jawohl. Das hat ihm weh getan. So. Strafter. Der ist weg. Du kannst ihn noch einmal kontrollieren. Kann man die gegeneinander fighten lassen. Jawohl. Das ist super. Das ist supi. So. Schön drauf da. Und zack. Messer. Das tut gescheit weh da. So. Pistol rein da. Und weg ist er. So lobe ich mir das. 1160. Da wird aber einiges an. Ja. Es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Und der Boss ist besiegt. Zumindest der eine hier. Hat er ja lauter Bosse hier. Aber das da. Das ist echt hardcore. Da würde ich dann doch sagen. Wir gehen zuerst zu dem hier. Ich mache jetzt gleich ein Level nämlich. Ich bin auf 98.000. Bei 100.000 machen wir wieder ein Level. So. Dann schauen wir mal was der da kann. Irgendwelche Banditen sind das. Hm. Banditenboss. So. Schauen wir mal. 130 Leben ist viel. Ja. Das geht. Es wird machbar sein. So. Dann gehen wir es an. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst an die Front. So. Und du kommst mir brav entgegen. Oh. Der kann 3 weit gehen. Okay. Okay. So. Hau das Essen da hin. Und. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018